Hallo? Blossom, ich erledige noch ein paar Dinge. In einer Stunde bin ich zurück und hole euch ab. Oh, okay, Professor. Das klingt wirklich gut. In einer Stunde? Was sollen wir denn jetzt tun? Ach, hätten wir doch nicht so viele Süßigkeiten gegessen. Wären wir früher ins Bett gegangen, hätten wir auf den Professor gehört. Ach, halt die Klappe, Captain, hätten wir. Entschuldige, aber wie finden wir jetzt Bub... Bubbles? Mojo? Was machst du denn hier? Ich? Das habt ihr verbrochen. Obwohl ich zugebe, diese süßen Kätzchen waren meine Idee. Ich war gestern Abend bei euch, denn ich hatte einen neuen und genialen Plan. Mojo Rückblende. Ich, Mojo Jojo, erweise mich hiermit mal wieder als Meister der Tarnung. Und ich habe den gemeinsten Pizzabelag aller Beläge ersonnen. Verbotene Artischocken aus der Sahara. Transsilvanisch verfluchte Peperoni. Brokkoli der Verdammnis. Und Ananas, weil ich die mag. Einbissen und die Powerpuff Girls werden unverzüglich... Hey, warte! Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, sie werden... Sie werden... Sie... Ich kann nicht mehr... ...verflixt! Mojo! Mojo Rückblender abgeschlossen. Ja, ja, aber was ist mit Bubbles? Mojo hat keine Ahnung. Aber er hat da was von einem Monster und einer Brücke gehört. Ich erinnere mich, wir haben die Brücke gerettet. Das Monster muss Bubbles entführt haben. Und los! Nein, 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 warte! ... ... Das war's für heute.